Musik Noch immer muss der Altvogel die Nahrung zerkleinern, damit die Jungen sie zu sich nehmen können. Seeadler passen sich gut an ihre Umgebung an und sind bei ihrer Beutewahl flexibel. In den Auwäldern füttern sie ihre Brut meist mit Fisch. Davon gibt es in Ungarns Gewässern so reichlich, dass das Paar ohne Mühe jedes Jahr zwei Junge groß bekommt. Musik Bis in das späte Frühjahr sind die Flüsse, Sümpfe und Seen in Ungarns Westen überflutet. Musik 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 Musik